Hallo und herzlich willkommen zurück Revolver So Wollen wir noch irgendwo Oh, ich renne so schnell Ruhe Von wo? Von da oben Zack Mann So Heiz mal Was ist das denn? Nein, Handyman Gewick, 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 gewick Skyline, schnell Au, au Okay, wo ist Handyman? Handyman Ich dachte schon, der folgt nur auf der Skyline Uiuiui Da ist er Komm Runter mit dir Fuck Nein, 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 nein Ah, leck mich doch So Komm Nachladen Ah Scheiße Ich brauch mal ne Panzerfaust oder sowas Oh Ich bin gleich tot Das bringt mir nichts Ich brauche irgendwo Was bringt mir der Tesla Generator Fuck Das läuft Scheiße Was Huah! Danke. Hahaha! Mann! Hahaha! Diese dreckige Bastard! Alter! Huse! Ciao! Okay, 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 okay. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Guter Schuss. So, und jetzt noch mal rum. Huah! Au! Weg! Schnell! Ich bin gleich tot. Ja, Mann, das gibt's doch nicht. Scheiße! Wie soll man den Fettsack denn erledigen? Oh, komm, ey. Wir haben gerade erst angefangen. Ich versuch, Nachschub zu liefern. Au! Hä? Durchgeglitscht. Oh, leck mich doch. Das gibt's doch nicht. Ein Fläschchen weiße! Pfff. Mann. Ja, natürlich. Wenn man kurz vorm Sterben ist, natürlich, hat man alles gefunden, weißt du? Äh. So, ich will da immer noch rein, wegen dieser scheiß Flasche. Nein, nein, nein! Sie bringt das Kind um! Buka, wir müssen etwas tun! Wir müssen handeln! Wir müssen da rein! Buka, wir müssen was tun! Heb mich hoch! Äh. Geh zum Fenster und lenke Daisy an! Los! Hey! Du bist scheiße! Was ist das? Das ist deine Bewegung, Daisy! Es muss sein! Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut! Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach! Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Bursche ausreißen! Nur so ist man es... Oh Gott! Oh Gott! Elisabeth! Elisabeth! Liegt wo der der Familie! Elisabeth! Whoa, whoa, hey, hey! Sade! Ich weiß, wie das ist! Die ist völlig durch mit den Nerven! Oh, Midi-Kit! Ich weiß, wie das ist! Äh! Wieso kommst du nicht da raus? Hört ihr das? Hm, gut! Komm, Booker, jetzt sei kein Arsch und bitte Paris, komm! Huch! Elisabeth! Sie hatten nur das! Hör zu! Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen! Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Hm... Gar nicht! Man lernt eben damit zu leben! Also, der Moment der Wahrheit! New York oder Paris? Nein, 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 nein! Scheiße! Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird! Wie? Der Vogel! Pfff! Vogel! Hm... Das ist es nicht! Doch, bestimmt! Booker! Doch! Ja, versuch's noch! Okay, bitte! Booker! Hier müssen Sie stoppen! Nein, das ist das Ding! Booker, schnell! Bestimmt! Nein, ist es nicht! Doch! Nein! Doch! Noch einmal! Nein, versuch's du! Hm! Aufhören! Hört auf! Ihr wisst nicht, was ihr tut! Na also! Jetzt habt ihr's geschafft! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Die Noten waren korrekt! Das Instrument aber nicht! Beides muss stimmen, damit er reagiert! Aber wenn man es ihm vorsingen kann... Bringt er einen hin, wo man hin muss! Auf was für Drogen seid ihr zwei? Willst du etwas anderes hören, Bruder? Einen Walzer vielleicht? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden! Und werden gebraucht, wo wir sind! Comstock benutzt also diese Songs! Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen! Und wo ist der? What the... Wenigstens ist das Piano noch da! Seht ihr das, was ich sehe? Ich... Ich sag dazu jetzt nichts! Gut... Oh Gott! Das LPD ist einfach so im Arsch! Gut! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge! Die Datei ist schon recht groß! Und... Elisabeth, krieg deine Atmung bitte unter Kontrolle! Beziehungsweise atme anders bitte! So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos! Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar! Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar! Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht! Liken, abonnieren, irgendwas! Und wir sehen uns dann im nächsten Video! Freut mich, wenn du wieder dabei wärst! Und wir sehen uns dann! Wir sehen uns! Wie ist Ihr ganz wichtig? Du seid ihr, nicht? Und wir sehen uns! Vielen Dank.